Volle EM-Rente. 17.823 Euro anrechnungsfreier Hinzuverdienst ab 2023. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Ich hatte in einem Video schon angekündigt, dass wir ab 2023 völlig neue Hinzuverdienstgrenzen bei den Renten wegen Erwerbsminderung haben werden. Bei einer vollen EM-Rente haben wir ab 2023, so habe ich es in dem Video bekannt gegeben, unter Bezugnahme auf der aktuellen Bezugsgröße von 3.290 Euro eine Hinzuverdienstgrenze von 17.272,50 Euro. Und genau dieser Wert hat sich jetzt tatsächlich geändert. Ich hatte ja auch in dem Video gesagt, dass das alles vorbehaltlich ist, nämlich vorbehaltlich der Änderungen der Rechengrößen für das Jahr 2023. Genau das ist jetzt passiert. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat am 8. September 2022 einen entsprechenden Entwurf zur Änderung der Rechengrößen für das Jahr 2023 vorgelegt. Und dort finde ich, dass die Bezugsgröße 2023 von 3.295 Euro auf 3.395 Euro steigt. Und genau deshalb kann ich jetzt Ihnen sagen, dass die Hinzuverdienstgrenze vorbehaltlich der Änderung im Referentenentwurf fix für das Jahr 2023 bei einer vollen EM-Rente genau 17.823,75 Euro beträgt. Das heißt also, alle Bezieher einer vollen EM-Rente können ab 2023 bezogen auf ein Jahr 17.823,75 Euro anrechnungsfrei an eine volle EM-Rente dazu verdienen. Aber bitte beachten, die Stundenvorgaben, die das Gesetz uns vorgibt. Wer mehr als drei Stunden pro Tag arbeitet, hat keinen Anspruch auf eine volle EM-Rente. Das heißt also, Sie beachten bitte die Stundenvorgaben. Und die Berechnungsformel für die Hinzuverdienstgrenze ist auch sehr einfach. 3 Achtel des 14-fachen der monatlichen Bezugsgröße. Die monatliche Bezugsgröße beträgt 3.395 Euro ab 2023. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.